Hä, warst du heimlich in Klaus-Verliebte oder was? Es ist verrückt, dass das immer noch ein Thema ist. Einen wunderschönen Dienstag, ihr Mäuse, und welcome back hier auf dem WG-Account. Wir sind Janni und Alina aus der allerersten Mädchen-WG aus Köln und wir beantworten heute eure Fragen rund um das Thema Mädchen-WG. Ihr hattet ja schon vorab bereits die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die haben wir gesammelt und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Dann starten rein, soll ich mal loslegen? Ja, leg doch mal los. Ich habe auch gleich eine Frage, die ganz oft gestellt wurde, und zwar, ob wir uns vielleicht insgeheim alle schon vorher kannten. Weil es war ja der erste Tag, wir kamen an in der Villa und haben uns da dann das erste Mal gesehen. Also kannten wir uns schon vorher? Ja, wir sind gemeinsam aufgewachsen. Eigentlich sind wir Fünflinge. Ja, genau. Wir wurden nur bei der Geburt getrennt. Nein, das ist natürlich Quatsch. Wir haben uns wirklich, also ohne Scheiß, das erste Mal gesehen, als ihr uns auch das erste Mal gesehen habt. Also ich glaube, der Moment, wo wir das erste Mal aufeinandertreffen, ist immer wirklich für uns auch der erste Moment gewesen. Ja, wobei ich glaube, dass ich bin ja damals geflogen und ich meine, ich habe Feli damals am Flughafen gesehen. Also nur vom Outfit her, aber bin direkt an ihr vorbeigelaufen und habe es auch nicht zuordnen können. Ja, natürlich nicht. Ja, und danach so, ach, ich glaube, ich habe dich vor allem am Flughafen gesehen, aber wir kannten uns nicht und es war erst das Zusammentreffen, wie ihr es gesehen habt. Ich glaube, das merkt man auch ein bisschen. Wir waren alle so aufgeregt und so nervös und sind so aufeinander zu und so. Aber es war, ich kann aber schon verstehen, warum man das denken könnte, weil wir waren sofort, das war ja so eine Ausnahmesituation für uns und wir waren sofort so, weißt du? Ja, wir haben halt uns direkt richtig gut verstanden und tun das ja bis heute. Aber ich glaube, es liegt auch daran, weil die Situation halt für alle so neu war und wir alle fünf in dieser neuen Situation waren und dann war ja, okay, wir haben jetzt gerade nur uns, wir verstehen uns jetzt und wir passen jetzt aufeinander auf. War gerade sagen, wir hatten ja auch keine andere Wahl. Ja, genau. Aber es finde ich total süß, dass man das wirklich denken könnte. Ja, definitiv. So, dann mache ich doch auch mal weiter. Würdet ihr mit den anderen Mädels heutzutage nochmal in die WG einziehen wollen? Ja, Logo. Schon, oder? Definitiv. Also wir verstehen uns ja nach wie vor alle fünf richtig gut und waren jetzt auch im Januar, glaube ich, zuletzt zusammen in Berlin über ein Wochenende und haben wieder schön zu fünft in einem Raum geplänt das ganze Wochenende über. Sogar mit dem ersten WG-Baby. Das stimmt. Ja, also definitiv. Das wäre schon richtig witzig irgendwie. Nochmal so eine geile Villa und ein Pool und so weiter. Da würde es gut abgehen, glaube ich. Ja, absolut. Vor allem, ich glaube, das ist ja auch so die meistgestellte Frage, ob wir noch Kontakt haben. Und das hat Jan ja somit gerade schön beantwortet. Ja, wir haben alle noch Kontakt. Das ist natürlich super schwierig. Wir sind alle in ganz Deutschland verteilt, haben alle komplett unterschiedliche Leben. Also wirklich unterschiedlicher könnte es gar nicht sein. Aber trotzdem ist es irgendwie immer so schön, dass wenn man dann wieder aufeinander trifft, dann sind wir immer noch quirligen. Da ist richtig Leben in der Bude. Weißt du, wie ich meine? Das ist so quack, 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 quack. Und jetzt dann auch noch mit dem Baby. Es ist wirklich verrückt, dass es nach 13 Jahren, das muss man ja auch dazu sagen, dass es einfach 13 Jahre sind. Wir haben letztens erst festgestellt, Janja und ich, wir sind mittlerweile 26. Ich glaube, man sieht es auch ein bisschen. Nein, komm. Das ist jetzt wirklich tatsächlich schon, dass wir uns die Hälfte unseres Lebens jetzt ganz offiziell kennen, dadurch, dass es 13 Jahre her ist. Was verrückt ist. Wir haben jetzt den Zeitpunkt überschritten und jetzt kann man dann immer sagen, mindestens unser halbes Leben kennen wir uns. Aber wie Alina schon richtig gesagt hat, wir sind jetzt keine 5er-Mädels-WG mehr, sondern wir sind jetzt eigentlich 5,5 oder 6 zu 6. Und das ist echt richtig schön. Wir verstehen uns nach wie vor und wachsen weiterhin zusammen. Voll. Und ich finde es auch irgendwie immer so lustig, das muss ich auch noch sagen, wir sind ja alles erwachsene Frauen. Also wir sind ja jetzt den 30 sogar schon näher als den 20. Genau, das ist es. Aber wenn wir zusammen sind, sind wir wieder diese 13-jährigen Girls von damals aus der Mädchen-WG. Also ihr müsstet das wirklich mal sehen. Wir haben uns dann eben im Januar in Berlin getroffen und der allererste Abend. Du kannst dann natürlich auch nicht ins Bett gehen. Ja, da wird dann die ganze Nacht durchgeredet. Und ich kann, also wir können das auch niemandem zumuten, irgendwie von anderen Freunden, dass sie sich da mal mit am Tisch setzen, weil es würde mir leid tun um die. Die sind, werden komplett überfordert. Ich bin ja teilweise schon überfordert. Und bei mir zu Hause ist es so, in meinem Freundeskreis sagen immer alle, du redest zu viel. Sage ich, ja, so bin ich halt. Aber wenn ich mit den Mädels unterwegs bin, bin ich diejenige, die am wenigsten redet. Ja, das stimmt. Das ist also, nur damit ihr euch das mal ein bisschen vorstellen könnt. Das stimmt tatsächlich. Ich glaube, Hila toppt alle, aber. Hila, also. Hila toppt alle. Ja, Hila ist auf jeden Fall topnotch. Eine weitere Frage ist, ob wir uns auch von Anfang an denn überhaupt alle gut verstanden haben oder ob es da irgendwelche Streitigkeiten gibt oder gab auch. Gab, ja. Ich glaube, das hat man auch in einer Folge mal gesehen. Da sind Feli und ich aneinander gerastet. Ich kann aber, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr sagen, was es war. Und man muss dazu sagen, wenn ich es nicht mehr weiß, dann bedeutet das nicht viel, weil ich vergesse sehr schnell sehr viel. Und nochmal, es ist 13 Jahre her. Das ist einfach schon wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Janni vergisst aber nichts. Aber wir wissen, dass wenn Janni es nicht mehr weiß, dann ist es wirklich nicht mehr so wichtig gewesen. Also ich würde behaupten, Streitereien nein. Aber das müsste man ja eigentlich auch in der Folge gesehen haben. Man müsste das gesehen haben. Könnt ihr nochmal nachschauen. Wir wissen aber beide nicht mehr, was da Phase war. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es so ein bisschen Eifersüchteleien waren. Plus, man muss auch sagen, damals... Hä, warst du heimlich in Klaus verliebt oder was? Das ist verrückt, dass das immer noch ein Thema ist. Nein, war ich nicht. Ganz klar. Aber ich glaube, damals, was witzig ist, weil ich glaube, charakterlich hat sich Fili am meisten verändert, weil sie sehr ruhig geworden ist. Und jetzt ja auch, wie gesagt, Mama ist. Aber damals waren wir beide, sie und ich, so Alphatiere. Und ich glaube, dann ist natürlich irgendwie das... Für uns alle war das ja eine ganz, ganz neue Situation. Und dann, wir waren ja auch ständig unter Strom und das war alles so aufregend. Und ich glaube, da passiert es dann mal, oder ist das nur logisch, dass wenn man auch irgendwie 24-7 aufeinander hängt, und dass dann da so ein gewisses Reibungspotenzial da ist. Aber trotzdem, das war irgendwie auch so alles. Und das hat sich nach einem Tag wieder erledigt. Und das war so eine, ich würde mal behaupten, so eine typische Zickerei, Streiterei, die man halt mit 13 Mal hatte. Aber das war wirklich nie so. Wir haben uns alle trotzdem... Also, so ein bisschen wie, wenn du dich mit deiner Schwester streiten würdest. Weißt du, ich meine, so ein familiärer Streit. Aber nicht, dass du jetzt sagst, so, oh, es ist wirklich ein böses Blutgab. Ja, und dann wird mal kurz herunter geweint und dann kurz danach liegen sich alle wieder in den Armen. Das waren keine wilde Sache. Wie gesagt, wenn es da irgendein schlimmes Thema gegeben hätte, dann hättet ihr das sicherlich auch in der Serie gesehen. Aber so sind wir komplett fein aufs Doma wieder rausgekommen und wir haben uns alle lieb. Sehr. Die nächste Frage. Es sind wirklich sehr, sehr viele schöne Fragen dabei. Also vielen, vielen Dank dafür. Welches war das schönste Erlebnis damals in der Mädchen-WG? Wow. Okay, das ist eine super, super schwierige Sache. Ich weiß, deswegen habe ich es nicht gefragt. Wir haben so viel gemacht, aber was mir jetzt spontan als erstes in den Kopf geschossen ist, war vielleicht nicht unbedingt das schönste, aber mit Abstand das witzigste Erlebnis. Weißt du noch, als wir in diesem Kajak umgekippt sind? Oh Gott. Oh Gott, ja. Das war so schlimm. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt ja dann, wer Fuchs ist, erkennt, dass als wir umkippen, waren wir schon nass. Also es war nicht geplant, dass wir umkippen, sondern wir sind einfach so umgekippt und waren dann einfach alle komplett nass von oben bis unten in diesen Fluss gelegen. Und dann war es so, scheiße, ihr könnt jetzt nicht einfach nass sein, das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen mussten wir nochmal umkippen, dass ihr es danach auch sehen könnt und den Grund erfahrt, warum wir nass sind. Und wir sind zweimal in diesen Fluss reingefallen. Das war echt, das war so witzig. Wie lustig, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich könnte aber auch so gar nicht. Elefanten sein. Ja, ja, wirklich. Du hast wirklich einen Elefanten. Ich kann es aber auch gar nicht mehr festmachen. Ich glaube, diese vier Wochen waren einfach so wahnsinnig besonders. Da waren so, so viele schöne Momente dabei und die ich auch immer noch in Ehren halte. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsszene aus der allerersten Mädchen-WG war. Das würde mich sehr interessieren, weil da waren ja wirklich schon sehr, sehr witzige Momente dabei. Ansonsten, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr natürlich wie immer gerne ein Like da lassen und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. So, machst du weiter? Also du kannst keine, nochmal eine Frage, du kannst jetzt kein spezifisches Erlebnis nennen. Ich hatte gehofft, ich komme drumherum. Also wir waren ja, keine Ahnung, so Breakboarden und so weiter, war ja richtig cool. Das fand ich schon witzig. Weißt du was, wenn ich so an diese ganzen WG-Zeiten denke und wir haben ja schon wirklich ein bisschen was gedreht mittlerweile, dann halt, dann sind für mich die schönsten Momente, klar, wir haben super, super viel erlebt, wofür ich auch wahnsinnig dankbar bin, weil wer erlebt schon in vier Wochen so viel wie wir damals. Aber ich denke irgendwie so an die kleinen Momente zurück, wenn wir abends im Bett liegen und noch ein bisschen quasseln oder wenn man was gekocht hat oder jeder irgendwie so diese typischen Alltagsmomente, die wir auch miteinander hatten. So einfach im Haus sein, mit euch sein, quasseln, auch immer Hühnerstall aufbauen. Wirklich, also tatsächlich so, weißt du, so kleine Sachen, gar nicht mal so diese großen, klar, das Fotoshooting und alles das, oder die Stuntschule hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Das waren wirklich richtig, richtig coole Aktionen. Aber für mich waren es so die kleinen Momente, so im Haus sein, irgendwie, wir mussten ja auch viel mal von A nach B fahren zu einer Aktion und dann im Auto haben wir immer Musik gehört und es war nie leise und das waren für mich so die liebsten Momente, glaube ich. Die schönsten Momente, okay. Dann machen wir mal weiter. Ganz oft kam die Frage, ob wir ein Drehbuch hatten oder ob da irgendwas vorgegeben war, oder ob wir einen Text lernen mussten und so weiter. Wir. Man kann uns viel vorgeben, aber keinen Text. Bei unserer Schnauze ist es auf jeden Fall, wäre das definitiv zu schwierig. Also es gab kein Drehbuch, es gab keine vorgeschriebenen Texte oder sonst irgendwas. Null. Das haben wir uns schon alles selber überlegt. Freischnauze sozusagen. Wirklich Freischnauze. Ich glaube, das merkt man auch. Ja. Manchmal denke ich so, oh mein Gott, was hast du da gesagt? Da hätte man ja, also wäre das gescriptet gewesen, ich glaube, da hätte da jemand schon mal einen Riegel vorgeschossen. Ja, also was ist denn mit euch los? Was man aber tatsächlich sagen muss, es gibt ja auch hinter der Kammer Redakteure und Redakteurinnen, die das Ganze so ein bisschen anleiten. Und natürlich gab es mal Situationen, wie bei einem Abendessen oder sowas, dass mal gesagt wurde, jetzt sprecht doch mal über Ernährung oder über eure erste Liebe. Also da wurde immer manchmal so ein Thema reingeworfen und ab da ging es eigentlich schon los. Also dann war Quark, Quark, Quark. Und das waren auch alles unsere Worte, unsere Meinungen, das, was wir gesagt haben, das sind alles zu 100 Prozent wir. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und da hat auch niemand irgendwie uns zu was gedrängt, dass wir jetzt irgendwas sagen müssen und auch niemand uns aber irgendwie was verboten zu sagen. Also das war wirklich ganz frei. Und zum Thema Drehbuch, natürlich waren da Leute, die sich ein bisschen überlegt haben, was man mit uns anfangen kann den ganzen Tag. Weil sind wir mal ehrlich, wir waren 12 beziehungsweise 13 Jahre zu dem Zeitpunkt und hätten wir den ganzen Tag selber entscheiden dürfen oder selber planen müssen, was wir da unternehmen, ja, ich glaube, wir wären den ganzen Tag einfach nur im Pool gelegen und dann wäre es doch relativ langweilig gewesen. Das heißt, ein bisschen Unterstützung braucht man da schon auch. Absolut. Und die haben wir bekommen, aber wirklich immer nur, nur in diesem Rahmen und alles was, es wurden so, so der Rahmen wurde gesteckt und alles, was da drin passiert ist, was ihr auch in der Serie sehen, das waren alles wir. Was manchmal schlimm genug ist, weil manchmal ist es extrem peinlich. Ja, tatsächlich. Aber habt ihr ja auch mitbekommen, wir haben ja immer unsere tollen Umschläge bekommen und dann Fotoshooting und so weiter. Das haben wir natürlich nicht selber organisiert, aber das ist, glaube ich, verständlich. Aber es war für uns auch immer eine Überraschung. Also wir wussten auch vorher nicht, was passiert. Ich glaube, das sieht man auch, dass diese ehrliche Freude da ist. Man darf ja auch nicht vergessen, wir sind keine Schauspielerinnen. Also wir sind ja gar nicht dazu ausgebildet, da irgendwas zu spielen und das war es auch nicht. Apropos, das finde ich nämlich auch eine sehr interessante Frage und finde ich gerade sehr passend. Ich höre auch voll oft die Frage, was hat das gekostet, da mitzuwachen, was ich unheimlich süß finde, weil es hat nichts gekostet. Also das ist ja kein Fehl, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, aber es ist ja kein Feriencamp, wo man irgendwie zahlen muss, dabei zu sein. Ganz im Gegenteil, man kann das ja auch erzählen, dass es vorher Castingrunden gibt. Also man kann sich ja darauf bewerben, das könnt ihr übrigens auch. Also hörtet immer gerne mal Ausschau auf den ganzen bekannten Websites, ob ihr vielleicht mal wieder einen Aufruf seht. Und dann kann man sich darauf bewerben und dann gab es damals verschiedene Castingrunden und dann waren wir unter den fünf Glücklichen, die eben dabei sein durften. Und nein, wir mussten nichts zahlen. Ganz im Gegenteil, es gab auch noch ein kleines Taschengeld für uns damals und natürlich auch das, was im Haus anfiel oder sowas, wurde natürlich auch alles von der Produktion übernommen. Also es kostet euch nichts, dabei zu sein. Nee, das ist komplett for free sozusagen. Habt ihr manche Szenen mehrmals gedreht? Ja. Bestes Beispiel, was heißt mehrmals gedreht? Okay, das ist kein Beispiel für mehrmals gedreht, diese Kajak-Szene, wo wir halt vorher schon nass waren und dann hätte es keinen Sinn gemacht, wenn wir auf einmal irgendwie nass in diesem Kajak sitzen und keiner weiß, warum hat es jetzt geregnet oder was ist hier los? Aber die anderen sind nicht, nach was ist passiert. Was ist in der Exerei? Stimmt, genau, ich glaube, du hast recht, das ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, nicht mehrmals gedreht, sondern man musste es vielleicht einmal wiederholen, damit ihr sozusagen auch als ZuschauerInnen versteht, was da überhaupt passiert ist. Zum Beispiel, da erinnere ich mich auch dran, als ich die Fliege im Essen gefunden habe, was ja auch so eine Szene ist, die irgendwie immer noch viele auf dem Schirm haben, warum auch immer. Das ist eigentlich gar keine... Ja, weil es eklig war, weil es richtig eklig war. Ich habe auch das Gefühl, seitdem habe ich so ein kleines Trauma irgendwie. Ich glaube, ich habe davon... Seitdem puht Alina in jedem Essen und sucht nach Fliegen. Erstmal so die Gabel dreimal hin und her geschoben im Essen. Und deswegen braucht sie auch immer drei Stunden, bis sie aufgegessen hat, weil sie alles auseinanders mit der Gabel und brummt. Erstmal mit so einer Lupe und so einer Taschenlampe. Genau, und da weiß ich nämlich noch, wie gesagt, ich erinnere mich, ich habe nicht so ein Megagedächtnis und es ist 13 Jahre her, aber da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran, weil, wie gerade schon gesagt, ich bin ja auch gar keine Schauspielerin und dann hieß es, Alina, weil ich habe wirklich so reagiert, also ich habe diese Fliege im Essen gefunden und habe reagiert, sehr hysterisch zugegebenermaßen, aber ich war auch 13, aber wie jeder reagieren würde, wenn er eine Fliege im Essen findet und ich war sehr, sehr angeekelt und dann hieß es, shit, wir haben das jetzt gar nicht auf Kamera. Also es waren immer zwei Kameras, die uns begleitet haben und keine Kamera hatte diesen Moment eingefangen und dann muss man, kann es mal vorkommen, dass man noch mal was machen musste, so wie diese Fliege, Fliege im Essen Reaktion. Weil es natürlich dann auch erklärt werden muss, warum Alina jetzt die ersten nicht mehr essen will, weil eine Fliege drin war. Und hysterisch kreischend durch die Gegenspiele läuft. Ja, und zu guter, dein gutes Recht war das ja auch, weil stell dir mal vor, du weißt ja nicht, ist es die erste Fliege in dem Essen oder hast du vielleicht schon mal eine mitgegessen oder sowas? You never know. Also einfach nur damit man das, was danach kommt, auch vielleicht ein bisschen besser versteht. Ich habe jetzt noch eine sehr, sehr schöne Frage, wir hatten es gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber wie würdest du, oder würdest du überhaupt sagen, dass die WG-Zeit dein jetziges Leben irgendwie beeinflusst hat oder wie es das beeinflusst hat? Also für uns war das, oder für mich war das schon eine krasse Veränderung in meinem Leben natürlich, von so, du bist dann auf einmal selber im Kika zu sehen und kannst dich da selber sehen. Das war für mich richtig, richtig verrückt. Dann ist natürlich diese Umstellung... Gut verrückt? Ja, ja, gut verrückt. Aber, ah ja, Fun Fact, man muss dazu sagen, dass Hila hat noch keine einzige Folge dieser Mädchen-WG geguckt, aus Gründen, keine Ahnung, vielleicht war sie, ich glaube, sie hat Angst, sich selber im Fernsehen zu sehen, aber sie hat es einfach nicht geguckt, sie hat ihre eigene Mädchen-WG nicht geguckt, aber okay. Dazu kann sie ja vielleicht nochmal Selberstellung beziehen. Dann ist es natürlich komisch, du kommst wieder in die Schule, ich wurde dann für den Dreh damals noch zwei Wochen früher schon von der Schule freigestellt, weil Bayern ja so Spätsommerferien hat. Dann kommst du zurück und jeder weiß irgendwie, dass du jetzt nach vier Wochen in Köln warst und hast irgendwie so eine Fernsehserie gedreht und dann ist das natürlich super komisch und man muss ja auch sagen, wir wurden danach, also das kam ja auch ganz gut an, diese Serie, ich wurde danach so voll oft auf der Straße erkannt und so weiter, wenn ich mit Freundinnen unterwegs war, es war super, super seltsam und es ist ja bis heute noch so. Also auch das, was wir beruflich machen, wäre ja ohne diese Mädchen-WG und den Dreh so auch gar nicht möglich. Das ist das, was mir sofort in den Sinn geschossen ist und das klingt so cheesy und so super sentimental, aber das ist kein Scheiß. Unser Leben wäre jetzt nicht das, wenn es vor 13 Jahren diese Mädchen-WG nicht gegeben hätte. Das hat in mir damals so diese Lust geweckt auf diese ganze Medienwelt, sowohl vor der Kamera sein als auch dahinter. Deswegen bin ich nach München gezogen, deswegen habe ich meine Ausbildung bei einer Filmproduktionsfirma gemacht. Deswegen können wir heute das Social Media hauptberuflich machen, den Podcast hauptberuflich machen. Das wäre alles nicht gewesen, wenn die WG nicht gewesen wäre und vor allem so viel zum Thema Cheesy, ihr nicht, weil ihr macht das irgendwie alles möglich und lasst hier immer so viel Liebe und Support da und feiert irgendwie diese Mädchen-WG auch noch so, so vielen Jahren immer noch ab und ich finde es auch total süß. Es ist ungelogen, erst gestern, gestern passiert, dass ich mit meinem Freund in einem Restaurant essen war und die Kellnerin so am Tisch vorbeigelaufen ist und dann nochmal kurz zurückkommt und ich anguckt habe, Mädchen-WG und ich so, ja, das ist immer noch so lustig und deswegen, ich finde das total schön, also falls euch das mal passieren sollte, dass wir uns begegnen, kommt immer gerne her, ich liebe das, ich freue mich wirklich immer mehr wahrscheinlich als ihr, weil ohne euch würde das alles gar nicht sein und ohne euch könnte man auch das hauptberuflich gar nicht machen und deswegen, so komisch das klingt, aber die WG hat meinen ganzen oder unseren ganzen späteren Lebenslauf komplett beeinflusst. Manchmal wäre es witzig zu wissen, wo glaubst du wärst du, wenn es die WG nicht gegeben hätte, was hättest du dann so gemacht? Boah, ich glaube, dann hätte ich, weiß ich nicht, ob ich diesen Medienzugang irgendwie so gefunden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich ganz normal Abi gemacht, natürlich so wie ich es jetzt auch gemacht habe und danach irgendwas studiert, aber würde jetzt dann wahrscheinlich halt irgendwie in dem Beruf arbeiten, den ich auch studiert habe und so weiter, also irgendwie, ja, was ganz anderes halt halt gemacht, ist schon krass, also vielen Dank für euren Support, wir freuen uns über jeden Kommentar, über alles, was wir so von euch zu hören kriegen. Vielleicht kommt auch noch eine zweite Folge mit diesem Q&A. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Bussi! Baba! Ich weiß, das ist ganz heiß. was wir jetzt, wenn ihr mit dem Handeln aufhörst, dann können wir dann mit dem denacho wiedersehen,